Nächster Akt bei den US-Vorwahlen. Am 8. März gab es bei den Republikanern vier Vorwahlen, bei den Demokraten zwei. Und wir wollen wie gewohnt auf die Ergebnisse blicken, dieses Mal in einem Video sowohl auf die Republikaner als auch auf die Demokraten. Wir fangen mal an mit der Grand Old Party, also mit den Republikanern. Dort stand vor dem 8. März Donald Trump, das Feld angeführt mit 391 Delegierten, Ted Cruz. Er ist mit 304 Delegierten der aussichtsreichste Kontrahent von Donald Trump. Marco Rubio, der von der Parteiführung und Parteispitze bevorzugt wird, kam nur auf 154 Delegierten. Und John Kasich ist schon weit abgeschlagen und kam nur auf 37 Delegierte. Immerhin für Marco Rubio ein kleiner Erfolg am Sonntag. Er konnte in Puerto Rico alle Delegierten für sich gewinnen. Und für Marco Rubio wird es vor allen Dingen am nächsten Dienstag spannend, wenn in seinem Heimatstaat Florida gewählt wird. Und es da im Grunde um alles geht für ihn. Aber soweit sind wir noch nicht. Schauen wir mal auf die Staaten, die gestern gewählt haben. Das sind Michigan, Mississippi, Idaho und Hawaii. Und vor allen Dingen Michigan und Mississippi waren da am wichtigsten, denn dort konnten die meisten Delegierten gewonnen werden, beziehungsweise wurden die meisten vergeben. Gehen wir mal wieder alphabetisch durch. Zunächst einmal nach Hawaii. Nur 19 Delegierte konnten dort gewonnen werden. Donald Trump siegt auf Hawaii mit 42,4% der Stimmen. Er kann 11 Delegierte für sich gewinnen und lässt Ted Cruz seinen ärgsten Widersacher zurück, der auf 32,7% der Stimmen und 7 Delegierte kommt. Immerhin, Ted Cruz konnte hier den Rückstand relativ klein halten. Marco Rubio kann nur einen Delegierten für sich gewinnen und John Kasich gar keinen. Dann geht es weiter nach Idaho. Dort herrscht eine 20%-Hürde. Und das führte dazu, dass weder Rubio noch Kasich Chancen hatten, Delegierte einzuheimsen. Beide verfehlten die 20%-Hürde auch in den Districts, sodass es auch keine District-Delegierten für beide gab. Folglich wurden die 32 Delegierten zwischen Trump und Cruz aufgeteilt. Und Cruz hat Idaho mit 45,4% gewonnen, vor Trump mit 28,1%. Und das führt dazu, dass Cruz auf 20 Delegierte kommt und Trump auf 12. Michigan, der wichtigste Staat am vergangenen Dienstag bei den Republikanern, ging für Donald Trump aus. Also es ging zu seinen Gunsten aus. Donald Trump 36,5% und 25 Delegierte. Dahinter Ted Cruz und John Kasich, beide relativ eng ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende sollten beide die gleiche Anzahl an Delegierten erringen. Ted Cruz ein paar mehr stimmen, 24,9 zu 24,3%. Und Marco Rubio enttäuschend scheitert an der 15%-Hürde, die es in Michigan gibt und kann keinen Delegierten gewinnen. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für Rubio. In Mississippi geht die Misere für Rubio im Grunde weiter. Auch Kasich kann keinen Delegierten gewinnen, beide also bei Null. Donald Trump gewann Mississippi mit 47,3% der Stimmen. Ted Cruz kommt auf 36,3% und das macht 25 Delegierte für Trump und 15 für Cruz. Damit haben wir einen neuen Zwischenstand. Donald Trump jetzt bei 464 Delegierten und er ist klar der Gewinner der vier Vorwahlen des gestrigen Dienstags. Ted Cruz kann zumindest halbwegs Schritt halten, muss allerdings einen größeren Rückstand jetzt verkraften. Marco Rubio hat insgesamt nur einen einzigen Delegierten gewonnen in den vier Vorwahlen, und zwar den aus Hawaii und es wird immer schwerer für Rubio. Und John Kasich hat immerhin seinen Rückstand auf Rubio etwas verkleinert und hat 17 Delegierte gewonnen in Michigan. Wie gesagt, es geht jetzt ganz spannend weiter und auch ganz wichtig weiter, denn am 10.03. hat man noch Vorwahlen in Virgin Islands. Das ist nicht so bedeutend, es gibt nur neun Delegierte. Am Samstag, am 12.03. gibt es eine Vorwahl in Washington, D.C. 19 Delegierte, auch das ist noch überschaubar. Aber dann, kommenden Dienstag wird es spannend, denn es beginnen die sogenannten Winner-Take-All-Staaten. Und Winner-Take-All-Staaten bedeutet, dass derjenige, der die meisten Stimmen landesweit bekommt, auch alle Delegierten einheimst. Und das ist der Fall für Florida, dort gibt es 99 Delegierte. Illinois, das sind 69 Delegierte. Missouri, das sind 52 Delegierte. Und Ohio, das sind 66 Delegierte. Und das wird ganz wichtig sein, vor allen Dingen für die Konkurrenten von Trump, irgendwo mal was mitzunehmen. In Florida ist es für Marco Rubio im Grunde die Schicksalswahl, sein politischer Heimatstaat. Wenn er dort nicht gewinnt, kann er eigentlich die Segel streichen. In Ohio ist es die Schicksalswahl für Kasich, denn das ist sein politischer Heimatstaat. In beiden liegen aber, oder liegt Trump nach Umfragen vorne, wobei, da kann sich noch was ändern. Aber vor allen Dingen, nächster Dienstag wird sehr wichtig, auch für Cruz, der Schritt halt möchte mit Trump. Und im Grunde kann dieser kommende Dienstag schon sehr vorentscheidend, beziehungsweise einen vorentscheidenden Charakter haben. Schauen wir jetzt aber auch noch auf die Demokraten. Hillary Clinton führte vor dem gestrigen Dienstag mit 675 zu 480 Delegierten. Immerhin sind das schon knapp 200 Delegierte Vorsprung und damit ein komfortables Polster. Schauen wir mal auf die beiden Vorwahlen, die stattgefunden haben. Das waren einmal Michigan und Mississippi und vor allen Dingen Michigan hatte viele Delegierte zu vergeben. Und dort passierte etwas Unerwartetes, denn die Umfragen sahen Sanders nicht vorne, sondern Clinton und das sogar teilweise sehr deutlich. Aber Hillary Clinton sollte Michigan nicht gewinnen. 48,2% zu 49,9% der Stimmen. Und das führt dazu, dass Sanders auf 69 und Clinton auf 61 Delegierte kommt. 17 Delegierte sind in Michigan unclatched, beziehungsweise einfach frei in ihrer Wahl, wenn man das mal so sagen kann. Das sind die Superdelegierten. Die dürfen sich aussuchen, wen sie unterstützen. Aber das war ein Achtungs- und ein Überraschungserfolg. Allerdings in Mississippi das gewohnte Bild, was Südstaaten betrifft. Die afroamerikanische Bevölkerung unterstützt. Klar, Hillary Clinton. Und so schafft sie es mit 82,7% deutlich, den Vorsprung auszubauen, den sie schon hatte. Bernie Sanders kommt nur auf 4 Delegierte. Hillary Clinton auf 32. 5 Delegierte sind unclatched. Sind also Superdelegierte. Und wenn man jetzt auf den neuen Zwischenstand schaut, dann sieht man, dass Hillary Clinton trotz ihrer Niederlage in Michigan den Vorsprung ausbauen konnte. 768 zu 553 Stimmen. Aber Sanders bleibt zumindest noch irgendwie dran. Und für Sanders wird es wie auch für die Republikaner ganz wichtig, was nächsten Dienstag passiert. Zwar gibt es bei den Demokraten nicht das Winner-Tag-All-System. Aber wenn man mal schaut, wie viele Delegierte nächste Woche vergeben werden, dann ist klar, dass hier Erfolge zählen, also nur Erfolge zählen für Sanders. Und zwar klare, um auch den Rückstand mal kleiner zu machen. Und Vorwahlen finden ähnlich wie bei den Republikanern statt. Florida 246 Delegierte, North Carolina 131, Ohio 143, Illinois 182 Delegierte, und Missouri 84. Und auch nächsten Dienstag werden wir dann wissen, ob Sanders wirklich nochmal an Clinton rankommen kann, oder ob Clinton sogar ihren Vorsprung ausbauen kann. Und damit im Grunde schon, ja, die Kandidatur so gut wie sicher haben wird. Zu guter Letzt noch ein Blick auf das nächste Video. Das nächste Video wird wieder getrennt sein. Und zwar eins für die Republikaner, eins für die Demokraten. Und zwar nächsten Mittwoch. Da wollen wir dann die Ergebnisse dieses wichtigen Dienstags betrachten. Und bis dahin finden dann tatsächlich sogar noch Vorwahlen statt. Ich habe es genannt bei den Republikanern. Vor allen Dingen Washington D.C. am Samstag. Und bei den Demokraten gibt es dann auch nochmal eine kleine Vorwahl, die aber nur im Außengebiet stattfindet. Und auf den Marianneninseln, da gibt es dann insgesamt elf Delegierte zu gewinnen. Also nichts Großartiges. Aber bei beiden Parteien ist es so, dass es noch bis zu diesem super Dienstag Teil 2, wenn man so will, noch ein paar weitere Vorwahlen gibt.